Arnison und da ist Jensen. Parade 171. Na, das wäre was, wenn Mike Jensen hier nach seiner Erkältungspause vielleicht hier zum Zünglen an der Wade werden sollte. Nicht an der Wade, an der Waage. An der Wade hat es ja der Tim Notdorf, der heute nicht dabei sein kann für Balingen. Scott trifft, verkürzt auf 19 zu 20.